Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Es kann sein, dass dein Partner oder deine Partnerin aufgrund der Krankheit eines Familienmitglieds mit großen Sorgen und Ängsten zu kämpfen hat, was sich erheblich auf seinen oder ihren emotionalen Zustand und damit auch auf eure Beziehungsdynamik auswirken kann. Ihre Sorge kann dazu führen, dass sie abgelenkt sind und sich mit dem Wohlergehen ihres Familienmitglieds beschäftigen. Wenn dein Partner oder deine Partnerin von dieser Situation betroffen ist, ist es wichtig, ihm oder ihr in dieser schwierigen Zeit Mitgefühl und Unterstützung anzubieten. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass ihr emotionaler Zustand dazu führen könnte, dass sie weniger auf deine Bemühungen reagieren oder weniger in der Lage sind, ihre Dankbarkeit für deine Unterstützung auszudrücken. Das Hauptaugenmerk sollte darauf liegen, Trost zu spenden, anstatt sofortige Gegenleistungen zu verlangen. Im Falle eines Geschäftspartners könnte sich diese schwierige Situation indirekt auf dein Arbeitspensum und deine Aufgaben auswirken. Es kann sein, dass du einspringen und einen größeren Teil der Arbeit und der Verantwortung übernehmen musst, um die Abwesenheit deines Partners oder seine geringere Leistungsfähigkeit auszugleichen. Auch wenn diese Situation zusätzliche Anstrengungen deinerseits erfordert, darfst du nicht vergessen, dass sich das Familienmitglied mit der Zeit erholen wird und dass sich das Wohlbefinden deines Partners verbessern wird, sobald sich die Situation stabilisiert hat. In der Zwischenzeit können dein Verständnis und deine Unterstützung von unschätzbarem Wert sein, um die Stärke und Stabilität der Beziehung zu erhalten. Es ist sehr wichtig für dich, das Gleichgewicht zu halten und auf Kurs zu bleiben. Regelmäßige körperliche Aktivität spielt eine wichtige Rolle dabei, Stress in Schach zu halten und dein allgemeines Wohlbefinden zu sichern. Du weißt, dass eine strukturierte Fitnessroutine wichtig ist, um deine Energie effektiv zu verwalten. Wenn du deine körperliche Gesundheit vernachlässigst, kann das zu Unruhe und unkontrollierter Energie führen, was es schwieriger macht, den Alltag zu bewältigen. Es ist wichtig, dass du dein körperliches Wohlbefinden ernst nimmst und gesunde Gewohnheiten in deinen Alltag integrierst. Gespräche mit Freunden über Fitness und Wohlbefinden können dir dabei helfen, deine Sichtweise auf das, was es bedeutet, gesund zu sein, zu erweitern. Freunde können dir wertvolle Einblicke in ihre eigenen Ansätze zur Steigerung des Wohlbefindens geben, die dich vielleicht dazu inspirieren, neue Wege zu gehen. Überlege dir, ob du neue Aktivitäten oder Wellnesspraktiken ausprobieren willst, die dich ansprechen. Vielleicht kannst du mit deinen Freunden zusammen trainieren oder Yoga machen. Das fördert die Kameradschaft und macht die Reise zum Wohlbefinden für alle angenehmer. Heute ist ein Tag, an dem du in Höchstform bist, viel Energie ausstrahlst und dich besonders gut fühlst. Es ist ein idealer Zeitpunkt, um den Moment zu nutzen und Erfahrungen oder Aktivitäten zu machen, die du unter normalen Umständen vielleicht nicht in Betracht gezogen hättest. Du bist bereit für den Erfolg und kannst mehr erreichen, als du ursprünglich für möglich gehalten hast. Nutze diese Spitzenenergie und mach das Beste aus den Chancen, die sich dir bieten. Vielleicht fühlst du dich in einem bestimmten Bereich deines Lebens zurückgewiesen. Es ist wichtig zu erkennen, dass es nicht darum geht, Schuld zuzuweisen, sondern anzuerkennen, dass beide beteiligten Parteien zu dem Problem beigetragen haben. Gespräche von Herz zu Herz und eine offene Kommunikation sind der Schlüssel, um das Problem zufriedenstellend zu lösen. Durch einen ehrlichen Dialog kannst du herausfinden, in welchen Bereichen Änderungen notwendig sind, um ein Ergebnis zu erzielen, mit dem beide Parteien wirklich zufrieden sind. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die aktuelle Himmelsausrichtung eine außergewöhnlich günstige Zeit für dich bedeutet. Die Sterne sind zusammengekommen, um dir ein unvergleichliches Potenzial für monumentale Erfolge in verschiedenen Bereichen deines Lebens zu bieten. Ob es um deine Karriere, deine Beziehungen oder dein Privatleben geht, deine Aussichten, bemerkenswerte Erfolge zu erzielen, haben ihren Zenit erreicht. Deine unerschütterliche Entschlossenheit und harte Arbeit stehen kurz davor, noch nie dagewesene Ergebnisse zu erzielen und deine bisherigen Erwartungen zu übertreffen. Nimm die Chancen wahr, die sich dir bieten, denn sie sind der Schlüssel zu deinen größten Erfolgen. Vertraue auf deine Fähigkeiten und behalte deinen Optimismus bei, denn diese außergewöhnliche kosmische Konstellation verspricht eine Periode, die von außergewöhnlichem Erfolg und Erfüllung geprägt sein wird. Heute findet in der Waage eine Sonnenfinsternis statt, die dir die einmalige Gelegenheit bietet, dich an andere zu binden und romantische Beziehungen zu pflegen. Auch wenn du dich in erster Linie auf persönliche Unternehmungen und nicht auf die Liebe konzentrierst, vertieft diese Sonnenfinsternis deine Wahrnehmung für die Menschen in deinem Leben. Sie gibt dir die Chance, Menschen aus der Perspektive zu betrachten, die du einnehmen möchtest, und zu entscheiden, wie du mit ihnen als wichtigen Teil deines Lebens verfahren willst. Nimm dieses kosmische Ereignis an, denn es bietet dir eine neue Perspektive und das Potenzial für grundlegende Veränderungen in deinen Beziehungen und auf deinem persönlichen Weg. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Die drei der Stäbe steht für Expansion, Erkundung und den Blick in die Zukunft. Diese Karte zeigt, dass du heute voller Optimismus und Vorfreude bist. Sie steht für eine Zeit der Horizonterweiterung und der Suche nach neuen Möglichkeiten. Die drei der Stäbe ermutigt dich, Vertrauen in deine Fähigkeiten zu haben und mutige Schritte in Richtung deiner Ziele zu unternehmen. Sie erinnert dich daran, dass du dir eine bessere Zukunft schaffen kannst, wenn du dich auf Veränderungen einlässt und dich ins Unbekannte wachst. Zusammen mit der drei der Stäbe haben wir den Narren. Diese Karte steht für Neuanfänge, Spontaneität und einen Vertrauensvorschuss. Sie steht für eine Zeit, in der du dich mit einem Gefühl der Unschuld und des Vertrauens auf ein neues Abenteuer einlässt. Der Nar lädt dich dazu ein, die Energie der Spontaneität zu nutzen und Risiken einzugehen, ohne Angst vor dem Scheitern zu haben. Er erinnert dich daran, dass manchmal die lohnendsten Erfahrungen gemacht werden, wenn man aus seiner Komfortzone heraustritt. Als letztes haben wir den König der Münzen. Diese Karte steht für finanziellen Reichtum, Stabilität und ein starkes Verantwortungsbewusstsein. Sie steht für eine Zeit der Sachlichkeit und für die Notwendigkeit, deine Ressourcenweise zu verwalten. Der König der Münzen ermutigt dich, deine finanziellen Angelegenheiten verantwortungsvoll anzugehen und deine Ressourcen effektiv zu nutzen. Er erinnert dich daran, dass du deine langfristigen Ziele erreichen kannst, wenn du für Stabilität und Sicherheit sorgst. Die drei der Stäbe, der Nar und der König der Münzen bilden zusammen eine Kombination aus Expansion, Spontaneität und Praktikabilität. Mach dir heute die Energie der drei der Stäbe zunutze, indem du optimistisch nach vorne blickst und nach neuen Möglichkeiten suchst. Habe Vertrauen in deine Fähigkeiten und gehe mutige Schritte auf deine Ziele zu. Gleichzeitig verkörpere die Energie des Narren, indem du offen für neue Anfänge bist und einen Vertrauensvorschuss gibst. Lass dich auf Spontaneität ein und hab keine Angst, dich ins Unbekannte zu wagen. Kanaliere die Energie des Königs der Münzen, indem du verantwortungsvoll und praktisch an deine finanziellen Angelegenheiten herangehst. Verwalte deine Ressourcen weise und sorge für Stabilität und Sicherheit. Diese Deutung steht für einen Tag der Expansion, Spontaneität und Praktikabilität. Lass dich von der Energie der drei der Stäbe inspirieren, indem du optimistisch in die Zukunft blickst. Lass dich von dem Narren inspirieren, wenn du dich auf neue Abenteuer einlässt. Nutze schließlich die Weisheit des Königs der Münzen, um deine Ressourcen effektiv zu verwalten und die finanzielle Stabilität zu erhalten. Denke daran, dass du dir eine Zukunft schaffen kannst, die mit deinen Zielen und Wünschen übereinstimmt, wenn du mutige Schritte unternimmst und Veränderungen mit Vertrauen und Verantwortungsbewusstsein annimmst. Wenn du die Qualitäten dieser drei Karten kombinierst, kannst du den Tag mit einem Gefühl von Aufregung, Spontaneität und Sachlichkeit bewältigen.